Willkommen zu der Sendung «Sicherheit zum Tiefpreis». Was das heisst, erleben Sie jetzt live. Ich gebe gerade weiter zu unserem Reporter auf der Strasse. Kurze Frage, was würden Sie mit mehr Geld machen? Ich glaube, ich würde mir noch mehr Schuhe kaufen. Nur Schuhe? Nein, ich würde mir endlich den Ring kaufen. Genug geträumt. Jetzt gehen Ihre Wünsche in Erfüllung. Schön wär's. Ja, aber wieder, bitte. Wechseln Sie zur Krankenversicherung Avanex. Dank Avanex kann man sich nämlich viel mehr leisten. Mehr Ferien, mehr Schmuck, mehr Kleider. Weil man nämlich viel weniger Prämien zahlt. Mit einer Krankersicherung? Wirklich? Ja, sicher. Ich gebe zurück ins Studio. Herr Zock, erleben Sie auch so positive Reaktionen? Ja, weil wir auch nächste Prämie wieder senken. Zum Teil markant. Und zusätzlich haben wir noch sensationelle Kinderrabatten. Und trotz günstiger Prämie ist Avanex die ganze Woche rund um die Uhr erreichbar. Sie sprechen die Prämie 24 an, wo man von einer kostenlosen Gesundheitsberatung profitiert und nochmals 8% weniger in der Grundversicherung zahlt. Günstiger als günstig und doch 24 Stunden für den Kunden da. Ja, und Avanex ist nicht nur super günstig, sondern bietet auch besten Service und führende Produkte. Jetzt kann man unser Sparangebot bestellen, mit etwas Glück eine Reise auf New York gewinnen. Und beim Abschluss einer Grundversicherung kommt man noch einen praktischen Reisewecker rüber. Und die Nummer zum Anrufen lautet 0800 88 40 40. Tja, viel Leistung für wenig Geld. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Avanex, der super günstigen Krankenversicherung. Bezeugung V emulate